Überrascht? Unser schöner Planet wird nach und nach überbevölkert. Das ist ein Haufen Kackelappen, die zum Wohle dieses Landes ausgerottet werden müssen. Ich freue mich sehr über unsere Begegnung. Wir müssen dir etwas Wichtiges erzählen. Deine Kraft ist das Feuer. Du bist die nächste Inkarnation von Arsie, der Göttin. Ich möchte dieses Mädchen tot sehen. Herzlich willkommen. Die heutige Nacht ist einer der am meisten bedeutenden Augenblicke der Menschheitsgeschichte. Ich verspür die Wut, die in dir hochsteigt. Entfessle sie, Alana. Ander. Untertitelung des ZDF für funk, 2017